Moin und herzlich willkommen, unser heutiges Thema Kano-Modell. Bevor wir starten, noch einmal ein bisschen Werbung in eigener Sache, schau auf meinem Blog vorbei, dort findest du 300 kostenlose Artikel rund ums Thema Marketing und jetzt lasst uns reingehen ins Thema Kano-Modell. Mit dem Kano-Modell kannst du die Kundenzufriedenheit erhöhen. Immer mehr Unternehmen fragen heute die Zufriedenheit an den unterschiedlichsten Stellen ab, ob im Baumarkt hinter der Kasse, bei der Bahnfahrt per QR-Code am Vordersitz oder per Mail nach dem Kauf im Onlineshop. Es wird ein Feedback des Kunden eingeholt. Mit dem Kano-Modell hast du ein weiteres Tu, um neue Erkenntnisse in dem Bereich zu gewinnen. Aber was ist denn überhaupt das Kano-Modell? Mit dem Kano-Modell ermittelt man die Kundenzufriedenheit für ein Projekt, ein Service oder ein Produkt. Es stellt hierbei das Erreichen bestimmter Eigenschaften und die erwartete Zufriedenheit von Kunden gegenüber. Der Namensgeber Noriyaki Kano, Professor der Tokyo University of Science, erkannte 1978, dass Kundenanforderungen fünf verschiedene Merkmale besitzen können, die unterschiedliche Auswirkungen auf die Zufriedenheit des Kunden haben können. Das nach ihm benannte Kano-Modell erlaubt es, die Wünsche, Erwartungen von Kunden zu erfassen und bei der Produktentwicklung zu berücksichtigen. Schauen wir uns das einmal an. Hier siehst du einmal die Merkmale von Kundenanforderungen, diese sogenannten fünf Merkmale. Wir haben hier einmal die Basismerkmale, die Leistungsmerkmale, die Begeisterungsmerkmale, unerhebliche Merkmale und die Rückweisungsmerkmale. Zu allen kommen wir gleich noch einmal und es gibt auch zu jedem noch einmal ein Beispiel für dich. Fragen für das Kano-Modell. Welche Merkmale, Eigenschaften oder Funktionen zeichnen dieses aus? Welche dieser Merkmale machen die Leistung im Vergleich zum Wettbewerb besonders oder einzigartig? Auf welche Merkmale legen die Kunden und einzelnen Zielgruppen und Kundensegmente den besonderen Wert? Und welche Merkmale sind für die Kunden selbstverständlich? Welche Merkmale besitzt das Kano-Modell? Das Kano-Modell, wie wir ja schon gelernt hatten, besitzt ja fünf verschiedene Merkmale. Hier haben wir einerseits die Basismerkmale, können wir uns auch noch einmal einschauen. Also die Basismerkmale, die sind so grundlegend und selbstverständlich, dass sie den Kunden erst bei Nichterfüllung bewusst werden. Implizierte Erwartung. Werden die Grundforderungen nicht erfüllt, entsteht Unzufriedenheit. Werden sie erfüllt, entsteht aber keine Zufriedenheit. Die Nutzensteigerung im Vergleich zur Differenzierung gegenüber Wettbewerbern ist ziemlich gering. Dann gibt es noch beispielsweise die Leistungsmerkmale, zu denen kommen wir gleich. Die Leistungsmerkmale sind den Kunden bewusst und sie schaffen halt Zufriedenheit, Abhängigkeit, aber auch vom Ausmaß der Erfüllung. Aber dann gibt es auch noch die Begeisterungsmerkmale. Die Begeisterungsmerkmale sind dagegen nutzenstiftende Merkmale, mit denen der Kunde nicht unbedingt rechnet. Sie zeichnen das Produkt gegenüber der Konkurrenz aus und rufen Begeisterung hervor. Eine kleine Leistungssteigerung kann zu einem überproportionalen Nutzen führen. Die Differenzierung gegenüber der Konkurrenz können gering sein, der Nutzen aber enorm. Dann gibt es noch unerhebliche Merkmale. Unerhebliche Merkmale sind sowohl bei Vorhandensein wie auch bei Fehlen ohne Belang für den Kunden. Sie können daher keine Zufriedenheit stiften, führen aber auch zu keiner Unzufriedenheit. Und es gibt die Rückweisungsmerkmale. Die Rückweisungsmerkmale, schauen wir uns doch einmal die Übersicht alle an, führen bei Vorhandensein zu Unzufriedenheit, bei Fehlen jedoch nicht zu Zufriedenheit. Differenziert zu sehen ist der Umstand, dass die Beurteilung von Produkteigenschaften stets mit dem Produktpreis in Verbindung steht. Es ist daher empfehlenswert, auch den Vorbehaltspreis für einzelne Produkteigenschaften empirisch zu erheben. Über die Zeit gesehen verändern sich die Eigenschaften. Dein Gewöhnungseffekt entsteht. Ein Begeisterungsmerkmal kann dann zu einem Leistungs-, aber auch später zu einem Basismerkmal werden. Wir schauen uns das hier einmal auf einer Kurve an. Hier sehen wir einmal eine Übersicht. Und dort siehst du dann beispielsweise, hier hast du einmal das Kanon-Modell. Dort ist noch einmal ganz kurz erklärt, was das Kanon-Modell im Einzelnen überhaupt ist. Und es wird anhand von verschiedenen Linien dargestellt. Dann haben wir hier die Begeisterungsmerkmale. Diese werden ja nicht erwartet. Kann schon eine kleine Leistungssteigerung beim Vorhandensein zu einem überproportionalen Nutzen führen. Dann haben wir die Leistungsmerkmale. Die werden vom Kunden explizit verlangt und haben direkten Einfluss auf die Zufriedenheit und die Unzufriedenheit. Beispiel hoher Benzinverbrauch unzufriedener Kunde. Niedriger Benzinverbrauch zufriedener Kunde. Dann haben wir hier beispielsweise noch die Indifferenzzone. Diese kennzeichnet den Bereich, in dem die Erwartungen an die verschiedenen Anforderungen mehr oder weniger erfüllt werden. Die Zufriedenheitswerte verhalten sich moderat. Außerhalb der Interferenzzone steigen bzw. sinken die Zufriedenheitswerte der Basismerkmale und der Begeisterungsmerkmale überproportional. Hier haben wir dann noch einmal die Basismerkmale. Diese gelten als selbstverständlich, werden den Kunden aber erst bewusst, sofern sie nicht vorhanden sind. Das hatten wir eben schon einmal. Und im Zeitverlauf verschieben sich häufig die Merkmale. Begeisterungsmerkmale werden zu Leistungsmerkmalen, Leistungsmerkmale zu Basismerkmalen. In technischen Bereichen wie dem Mobilfunk oder bei Computerausstattung ist dies sehr gut zu beobachten, da diese natürlich noch größtenteils eine kürzere Zeitspanne haben. Und dann siehst du es hier oben schon. Hier haben wir beispielsweise die Kundenzufriedenheit. Hier sehr zufrieden begeistert und hier unten unzufrieden enttäuscht. Und dann siehst du auch, wo die einzelnen Merkmale liegen. Und dazu haben wir dann noch Erwartungen nicht erfüllt und Erwartungen übertroffen. Erfüllt die Erfüllung der Kundenanforderungen. Basis- und Grundanforderungen dort unten. Aber du siehst ja auch, die Zufriedenheit ist jetzt nicht besonders groß, selbst wenn diese erfüllt werden. Da sieht es natürlich ganz anders aus mit den Begeisterungs- und vor allen Dingen den Leistungsmerkmalen im Gesamten. Schauen wir uns dann hierzu auch nochmal einmal etwas an und noch einige Beispiele. Ich lasse die einmal nochmal kurz offen. Wie werden die Ergebnisse denn überhaupt im Kano-Modell erhoben? Im Kano-Modell ist es sinnvoll, standardisierte Fragen zu nutzen. Deshalb bietet es sich an, Daten wie Fragebogen zu erheben. Optionen sind der klassische Fragenbogen oder das Durchführen einer Online-Umfrage. Professor Kano hat hierzu eine bipolare Befragung entwickelt. Die befragten Antworten in Bezug auf die zu messenden Produkteigenschaften zweimal. Funktional beispielsweise positiv formuliert. Was würden Sie sagen, wenn das Produkt überverfügt? Was würden Sie sagen, wenn es mehr gäbe? Das ist funktional negativ formuliert. Was würden Sie sagen, wenn das Produkt nicht überverfügte? Was würden Sie sagen, wenn es weniger davon gäbe? Und es gibt folgende Antwortmöglichkeiten, sowohl positiv als auch negativ. Das würde mich sehr freuen. Das setze ich voraus. Das ist mir egal. Das nehme ich gerade noch hin und das würde mich sehr stören. Schauen wir uns das auch einmal an. Hier habe ich einmal etwas dazu bei OMR gefunden. Hier siehst du einmal eine Übersicht. Hier oben siehst du ja die Standardantworten, die ich eben schon genannt habe. Egal ob positiv oder negativ in diesem Sinne. Und dann siehst du beispielsweise auch hier dann die dysfunktionalen Fragen, also die negativ formulierten und die funktionalen Fragen positiv formulierten. Am besten machst du uns hier einfach Stopp oder einmal ein Screenshot von dem Ganzen. Und dort siehst du dann quasi auch, was das Ganze dann bedeuten würde. Dann siehst du zum Beispiel, dies hier wäre komplett widersprüchlich. Aber hier würdest du dann auch sehen, dies hier wäre ein Begeisterungsmerkmal, ein Rückweisungsmerkmal. Dies hier wäre ein unerhebliches Merkmal, beispielsweise auf dieser Achse. Und so kann man, sage ich mal, das Ganze dann sehr gut einteilen. Wie wird das Kano-Modell dann ausgewertet? Aus der Kombination der Antworten auf die funktionalen und dysfunktionalen Fragen ist die Typisierung ableitbar. Beispielsweise, das setze ich voraus, funktional, und das würde mich sehr stören. Dysfunktional ist es das Ganze dann ein Basismerkmal. Wie wir es ja hier unten dort dann beispielsweise sehen. Und unlogische Antworten, wie hier beispielsweise die widersprüchlichen, bleiben bei der Auswertung unberücksichtigt. Hilfreich ist auf jeden Fall auch die Erhebung relevanter demografischer Merkmale, um in der Auswertung Zusammenhänge zwischen einer Merkmalstypisierung und demografischen Merkmale zu ermitteln. Erkenntnisse durch das Kano-Modell. Einzelne Produktmerkmale sind für die Kundenzufriedenheit unterschiedlich wichtig. Leistungsmerkmale und Begeisterungsmerkmale sorgen auch für Folgeaufträge. Empfehlung, positive Bewertung. Investitionen in unerhebliche Merkmale sollten Unternehmen vermeiden, denn sie haben keinen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit und helfen auch nicht bei der Produktdifferenzierung. Rückweisungsmerkmale sollten unbedingt vermieden werden. Oft führen sie nicht zur Ablehnung durch einzelne Kunden, ebenfalls leidet das Image eines Produktes und eines Herstellers. Die wichtigsten Aussagen des Kano-Modells ist, dass ein Produkt nicht alle denkbaren Funktionen haben muss, sondern nur diejenigen, die zur Kundenzufriedenheit beitragen. Kundenbefragungen sind deshalb für die Arbeit mit dem Kano-Modell unerlässlich und die wichtigste Datenquelle. Noch einmal kurz zu den Vorteilen des Kano-Modells. Kundenanforderungen und deren Einfluss auf die Kundenzufriedenheit werden besser verstanden. Einteilung nach dem Kano-Modell hilft bei der Produktentwicklung. Produktdefinition kann besser in die Produktstrategie ausgerichtet werden und das Ergebnis kann einen Anhaltspunkt für eine weitere Segmentierung der ausgewerteten Kundengruppe liefern. Schauen wir uns dann hierzu einmal auch nochmal was an. Hier haben wir beispielsweise auch eine Ausprägung für den Wettbewerb, wie dir das Ganze dann beispielsweise auch helfen kann, neue Kategorien zu identifizieren oder aber auch eine Wettbewerbsanalyse durchzuführen. Und dann haben wir hier noch einmal einige Beispiele. Hier haben wir beispielsweise von OMR Reviews den Friseurbesuch. Hier siehst du ein Basismerkmal. Die Haare werden mit Shampoo gewaschen. Beim Haare waschen gibt es eine angenehme Kopfmassage oder eine kostenfreie Haarspülung. Das ist ein Leistungsmerkmal, ein Begeisterungsmerkmal. Beim Friseur wird einem ein Becher Kaffee oder ein Glas frischer Orangensaft angeboten. Unerhebliche Merkmale. Der Friseur nutzt nur Haarschneidewerkzeug von Firma XY und ein Rückweisungsmerkmal. Der Friseur hat keine Spielecke für Kinder beispielsweise. Hier haben wir dann auch noch das Ganze mit einem Hotel. Machen wir sonst auch nochmal das Smartphone. Also auf der technischen Ebene mit dem Smartphone kann telefoniert und Nachrichten verschickt werden und es verfügt über ein Touchscreen-Display. Früher wahrscheinlich sicherlich ein Leistungs- oder noch eher ein Begeisterungsmerkmal. Heutzutage ein absolutes Basismerkmal. Leistungsmerkmal. Das Smartphone hat eine hohe Displayauflösung und eine hohe Akkukapazität, sodass nicht täglich aufgeladen werden muss. Begeisterungsmerkmale. Mit dem Smartphone kann bargeldlos bezahlt werden. Unerhebliche Merkmale. Das Smartphone wird mit einem Stift fürs Display geliefert. Und Rückweisungsmerkmale. Das Smartphone hat nur einen kleinen Speicherplatz oder läuft auf einem älteren Betriebssystem. Hier siehst du noch eine andere, beispielsweise auch nochmal das Auto, das dann Räder, Lenkrad, Urgurt und Airbags hat als Basismerkmal. Leistungsmerkmal. Das Auto verfügt über eine hohe PS-Teile, einen sparsamen Benzinverbrauch und eine Rückfahrkamera. Begeisterungsmerkmale. Das Autodach kann zu einem Cabrio geöffnet und verstaut werden oder das Auto lässt sich automatisch vorheizen. Unerhebliche Merkmale. Das Auto hat einen integrierten Getränkehalter und Rückweisungsmerkmale. Das Auto ist pink oder hat nur zwei Sitzplätze im Auto. Das war's von mir. Viel Erfolg bei der Durchführung des Kano-Modells und wir hören uns beim nächsten Mal.